Diesmal auf den sechsten, also ein Plus von Eins, für eine Klappe, die Sie sicher, meine Damen, liebe Hausfrauen, sehr gerne gehabt haben. Ich hoffe, Sie haben sie so verstanden, wie sie gemeint war. Das bisschen Haushalt, sagt mein Mann, zum dritten Mal dabei, Johanna von Cochia. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Das bisschen Kochen ist doch halb so wild, sagt mein Mann. Was für den Abwasch ganz genauso gilt, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heut darüber stöhnen kann, ist ihm ein Rätsel, sagt mein Mann. Und was mein Mann sagt, stimmt haargenau. Ich muss das wissen, ich bin ja seine Frau. Das bisschen Wäsche ist doch kein Problem, sagt mein Mann. Und auch das Bügeln schafft man ganz bequem, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heut, wie eine Frau von heut da gleich verzweifeln kann, ist nicht zu fassen, sagt mein Mann. Und was mein Mann sagt, stimmt haargenau. Ich muss das wissen, ich bin ja seine Frau. Das bisschen Garten, oh wie wohl das tut, sagt mein Mann. Das Rasen schneiden ist für den Preislauf gut, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heut, wie eine Frau von heut, das nicht begreifen kann, ist unverständlich, sagt mein Mann. Er muss zur Firma gehen, Tag ein, Tag aus, sagt mein Mann. Die Frau Gemahlin ruht sich aus, sagt mein Mann, dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe. Ja, das sagt ihr Mann. Sag mein Mann, dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe. Sagt ihr Mann, sagt ihr Mann, dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe. Dankeschön, Johanna von Kotscha.